Herzlich Willkommen an alle Pokémon Go Freunde und Interessierte und Willkommen zum 24. Part unseres Let's Play Pokémon Go. Und dieser Part wird auf jeden Fall mega, denn wir haben Mega Latios Wait heute gemacht und ebenfalls einen Mega Latios daraus erhalten. Ihr werdet, wenn wir die Pokémon durchgehen, sehen, warum. Außerdem Zenlong Wait noch gemacht und noch diverse Eier geöffnet, als auch natürlich neue Pokémon gefangen. Und wenn euch das Ganze gefällt, lasst auf jeden Fall direkt ein Abo bei YouTube da, damit ihr keine Let's Play Folge mehr verpasst. Lasst ein Like da und teilt natürlich gerne den Stream mit anderen, damit mehr dazukommen können. Und falls ihr weitere Vorteile, wie vorab Zugriff auf neue Videos haben wollt oder sonstige Bevorzugen bei Freundeslisten, Waits als auch Geschenken, dann checkt auch gerne hier oben meine Mitgliedschaften ab. Ich verlinke sie euch hier. Ist auf jeden Fall was für euch dabei, denke ich. Und falls ihr natürlich in den EP weiter aufsteigen wollt, dann kommt gerne auf meine Freundesliste, scannt den QR-Code, gebt die Zahlenkombination ein und dann kriege ich eine Freundschaftsanfrage. Wir können uns dann gegenseitig Geschenke hin und her schicken und somit unsere EP boosten. Natürlich, wenn ihr dann beim Wait am Start seid, also wenn ihr einen Fair-Wait-Pass habt, achtet einfach darauf, wenn ich mich auf online gestellt habe, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass ich bald bei einem 4-, 5- oder 6-Sterne-Wait am Start bin und euch dann einladen kann. Also stellt euch ebenfalls auf online. Und falls ihr neu im Pokémon Go sein solltet oder drei Monate inaktiv sein solltet, könnt ihr am Anfang diesen Empfehlungscode eingeben. Dadurch kriegt ihr nochmal am Anfang deutlich bessere Belohnungen, sodass euch der Start auf jeden Fall besser gelingen kann. So, nebenbei seht ihr wahrscheinlich schon die Waits und Co., was auf jeden Fall ziemlich wild war. Und jetzt gehen wir natürlich in unsere besten Top-Fänge des Tages rein. Wie gesagt, wir haben ein Skullik 3 Sterne aus der Fade-Forschung erhalten mit 11, 12, 15 EV und nicht das geilste. Fehlen uns eh noch die Bonbons und Kryfeld ist jetzt auch nicht unbedingt eins der besten Flug- bzw. Unlicht-Pokémon. Dann unser erstes Hippopotas, 3 Sterne gefangen mit 15, 15, 10 EV. Dann aus dem Ei ein 3 Sterne Rabautz bekommen mit 15, 14, 14 EV. Auf jeden Fall stark, was wir dann natürlich auch wahrscheinlich entwickeln werden. Dann haben wir Glumanda Dynamics Kampf gemacht. Und hier haben wir ein 15, 15, 10 EV Glumanda rausbekommen. Uns fehlen jetzt auch nur noch grob 15 Bonbons, um unser erstes Glurak zu erhalten. Dauert natürlich noch ein bisschen. Dann haben wir hier unser erstes relativ gutes Relaxo erhalten. Mit 2 Sterne 10, 13, 10. Später kommt noch ein besseres Relaxo übrigens. Dann haben wir hier den Senlong Waits gemacht, den ihr wahrscheinlich auch schon gesehen habt. Durch Wetterverstärkung sogar dann auf 2022 MVP gekommen mit 2 Drachen-Attacken. Weiß ich jetzt gar nicht, was das beste Setup ist. Und ist ein 3 Sterne, aber nur mit 10 Angriff leider. 10, 12, 15. Denke ich kann man schon als Drachen mal nutzen. Aber denke ich würde sich jetzt nicht unbedingt durchsetzen. Dann haben wir ein 3 Sterne Barschwar aus der Fate-Forschung erhalten mit 12, 15, 15 EV. Dann ein Mobi aus dem I erhalten mit 14, 14, 11 EV. Könnte man an sich eventuell dann zum Mogelbaum entwickeln. Ebenfalls ein 3 Sterne Fleck neu erhalten mit 15, 10, 15 EV. Muss man nicht unbedingt nutzen, denke ich. Dann hier unser besseres Relaxo, was wir heute bekommen haben. Mit 13, 10, 15 EV. Unser erstes 3 Sterne Relaxo. Vor allem auch mit Erdbeben als Ladeattacke. Weil, wenn mich nicht alles täuscht, ist Boden gegen Kampf effektiv. Und das in die Arena zu hauen, könnte deswegen nice sein. Dann geht es jetzt aber los. Das ist unser Latios aus dem Mega Latios Weight. Wie gesagt, am Ende war es knapp. Wie gesagt, wir haben den Weight zu 5 gemacht. Und ihr seht es wahrscheinlich nebenbei. Mit 15 Sekunden Restzeit haben wir dieses gewonnen. Mussten, glaube ich, 3 Mal das gesamte Team wiederbeleben. Hatten insgesamt 2 Mega-Entwicklungen am Start. Apropos Mega-Entwicklungen. Heute habe ich auch mal das erste Mal bei mir eine Mega-Entwicklung durchgeführt. Und zwar haben wir Barnett Mega entwickelt. Und das dann halt auch in den Wades, beziehungsweise in den Rates genutzt. Was natürlich nice war. Wobei das immer gewonnen hittet wurde. Bei der Ladeattacke von Latios. Das war halt nicht so prickelnd. Aber das war auf jeden Fall weht, muss man sagen. Und zwar haben wir hier Feuerodem und Solarstrahl bei Latios. Ich glaube, es ist nicht die beste Kombination. Wobei Solarstrahl auf jeden Fall Hardcore ist. Aber eine Pflanzenattacke. Ich denke, eher auf Psycho und Drache sollte man hier gehen. Aber jetzt schauen wir gemeinsam auf die IV. Und zwar haben wir ein 15, 15, 14 IV Latios aus dem Weight erhalten. Somit ein 97%iges. Und das war wirklich unser erster Latios Weight. Beziehungsweise ein Mega-Latios Weight. Und wir haben das auch direkt mit dem ersten Ball gefangen. Was mich auch schon überrascht hat. Eventuell wollte Niantic mal kurz gönnen. So. Auf jeden Fall bin ich mega happy. Dass wir direkt so ein starkes auch finden konnten. Ich wusste nur, ich wusste nur, dass 2178 WP ein 100%iges ist. Und da dachte ich mir schon, wie 2170 plus. Das muss ja mega sein. Deswegen war ich kurz ein bisschen aufgeregt. Aber dann haben wir es direkt mit dem ersten gefangen. Und letztlich ist es sogar ein 97%iges. Auf jeden Fall ziemlich nice. Könnt ihr euch auch gerne reinschreiben, ob ihr Mega-Latios Wraits gemacht habt. Wenn nicht. Wie gesagt, kommt gerne zu meinen dazu. Wenn ich mich auf online gestellt habe. Sofern ihr einen Fernweight-Pass habt. Dann haben wir einen 3-Sterne-Ark-Tipp noch gefangen mit 12, 13, 14 IV. Ein Perlu 3 Sterne aus dem Ei erhalten mit 15, 13, 10 IV. Dann ein Petsniv 3 Sterne gefangen mit 14, 13, 11 IV. Dann haben wir zweimal Krabi-Dynamax-Kämpfe gemacht. Leider beide Krabi nur 2 Sterne mit 15, 11, 10. Und 15, 10, 11. Werde ich wahrscheinlich verschicken. Weil wir definitiv noch mehr Krabi-Dynamax jetzt machen werden. Und dann haben wir gestern noch auch aus der Feldforschung ein 3 Sterne Psyau erhalten mit 14, 14, 14 IV. Und das war es dann auch schon für den heutigen Tag an den besten Pokémon. Und dann gehen wir zum Ende natürlich in unseren Pokédex rein. Vor allem die neuen Latios und Senlong-Einträge natürlich hervorzuheben. Und wir haben jetzt 392 gefangen, 448 gesehen. Ich scrolle wieder einmal komplett durch und schreibe natürlich gerne in den Chat, wie euer Pokédex aussieht, welche Pokémon euch noch fehlen. Und natürlich, ob ihr schon Mega-Latios-Weights gemacht habt, wie gut diese denn bei euch waren. Und wie gesagt, haltet auf jeden Fall die Augen offen, wenn ich mich auf Online in Pokémon Go stelle. Weil dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass ich auf jeden Fall bald zu einem White einlade. Also kommt deswegen auch gerne auf die Freundesliste. Da haben wir Senlong auf jeden Fall schon gesehen. Und dann sind wir jetzt auch hier mit dem Pokédex durch. Und dann war es das auch schon wieder für heute. Ich rate euch jetzt noch unbedingt ein Abo bei YouTube da zu lassen, damit ihr keine weiteren Let's Play Pokémon Go Folge mehr verpasst. Lasst ebenfalls ein Like da und teilt natürlich gerne das Video mit anderen Pokémon Go Freunden von euch. Checkt natürlich auch gerne meine Mitgliedschaftsvorteile ab. Extrem gute Vorurteile für Pokémon Go auf jeden Fall. Vor allem, wenn ihr viele Fernweltpässe habt, beziehungsweise mehr EP haben wollt. Und zum Schluss verlinke ich euch hier noch die komplette Let's Play Pokémon Go Playlist, dass ihr jede einzelne Folge nochmal nachschauen könnt und wirklich den kompletten Progress nachvollziehen könnt. Und dann sage ich zum Schluss wieder Welcome to the New Age. Ciao.